Am Abend das Konzert an der Universität von Manitoba in Winnipeg. Den Anfang machte die Uraufführung der Komposition Ember von Örjan Sandrit, dem gastgebenden Professor. Es folgten ein Auszug aus der Komposition Les Otros von Philippe Leroux. Danach ein Stück für Streichquartett und Elektronik von Giorgio Magnanensi, Teatro del Lurito, so der Titel. Und schließlich nach zweimat Regalen aus der Renaissance, die Love Songs von Claude Vivier. Das Klang Föhrung aus Heidelberg und seinem ersten Konzert in Kanada. Es ist eine wunderschöne performance. Ich liebe alles, insbesondere die Arbeit mit der Musik.